hallo leute und willkommen zu einer neuen folge von let's play the line um sie zwei der andy ist auch wieder damit dabei let's play the line um sie zwei der andy ist auch dabei und wir haben den bus hier abgestellt wie das hier wie das hier steht 12 andy kommt vorbei was auch immer an die heute genommen hat wir fahren o 400 o 307 gott was ist denn los heute ich sage schon zum zweiten mal 407 so wir steigen mal einfach in den hobel ein hier und ich machen fertig der julian ist jetzt schon durch der angst von dem schaltwagen ich war ja heute wieder mit automatischer kupplung ich glaube ich mache das jetzt immer so ich lache so künstlich hinter jedem satz was machst du da ich würde gern den motor starten ja dann mach das doch auch mal jetzt hat es geklappt das schön guck mal holz julian das holz warum denn das da rechts von der haltestelle das war ein der dorfmühle zum bahnhof das kann vielleicht ein teilstück sein vielleicht aber auch nicht ich weiß nicht ist das die linie die du schon mit dem anderen gefahren bis nein das war die noch kreativere 4123 ach so jetzt fahren wir hier die 4124 ich finde das ja immer ein bisschen ärgerlich ja immer diese vierstelligen nummern finde ich immer ein bisschen ärgerlich weil damit alle busse fahren geht der bus nicht auch anders schildern der geht aber auch anders schildern kollege mit der tastatur vorne ja aber wenn ich die tastenkombination drücke deaktiviere ich nacheinander mein checker und mein aufnahmeprogramm hast du probleme der julian der julian sucht gerade irgendwie hier im blödmenü seine richtige route raus für die hofdatei du merkst spätestens dann wenn mikro einsteigt was schildert oder denn bad salzing irgendwas bad salzing hall nicht bad salzing irgendwas sehr geehrte zuschauer die nachfolgenden sendungen verschieben sich um circa drei stunden ist richtig so ist eingestiegen man möchte auch direkt eine fahrkarte kaufen so und so lobe ich mir das so 56 hoppala nicht 5 6 5 6 weiß ich so die zeit ist ja mal wieder vergangen wir haben ja schon abfahrt hier ist ja kein wunder so wie du rumpenst ja ich hab dich die vergangenen viertelstunde habe ich die schnarchen hören nach vorne doch du hattest nur du hattest nur wieder mal hier kurz gekattet damit sie zuschauer nicht hören ich hatte nicht doch du hattest gekattet ich habe das gesehen das heißt eine viertelstunde und habe mich gefragt was du da treibst an die wir haben die um die zeit am anfang des videos war 7.50 wir fahren um 7.57 wie kann ich da eine viertelstunde rauskarten die ist deshalb so schnell gelaufen warum fährst du jetzt eigentlich bergab du hättest auch bergauf fahren können das geht nur hier bergab der rest ist ziemlich gerade stell dir mal vor bei mir fängt es plötzlich an zu schneiden ich komme den berg wieder nicht hoch wenn es bei dir anfängt zu schneiden dann hast du irgendein ziemliches problem ständig jetzt bei schnee fährst du weißt schon dass die haltestelle weiter hinten ist noch und ich meine nur mal so das war alles geplant versteht man mich überhaupt ja warum sollte ja weil ich ja weil ich ja heute ziemlich erkältet bin deswegen mit deinem wie gut man sich versteht zu tun ja das kann ja sein dass meine stimme irgendwie noch mehr im arsch ist als sonst er ist für das selbst hören oder mehr so er mir kommt so vor deswegen man fühlt sich etwas heiser wäre ich jetzt du hätte ich schon gesagt wie deine stimme ist im arsch was macht ihr denn da der julian hat eine klasse verbindung heute ja ich stehe an der haltestelle und plötzlich fahr ich schon wieder mit ihm sei doch froh julian du musst schon die straße benutzen das weißt du ne echt sagt nicht ja ja ich dann ich dachte ich nehme voodoo zauber was machst du denn die kollision war für ein bisschen groß von dem ding ach schiebst nicht auf die kollision jetzt jetzt fährst du mal los jetzt oder hör auf zu nölen da ist ein bulli vorsicht ja den habe ich schon nicht erwischt keine sorge wo bist du denn das hast du den eben gemacht ich habe ein poller gebohmst ja aber warum ich meine es ist ja jetzt mal eine ölstraße fragt mein bus warum man das wollte das ist doch trotzdem keine vk ölstraße ne vk ölstraßen ist das nicht weil wir haben hier einige schöne features auf der karte verbaut um vielleicht mal auf die karte zu kommen zum einen haben wir eine richtig geile gestaltung wie ich finde ja 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 ich finde die karte auch schön so ein diashow das ist geil ja diashow da kannst du die gestaltung noch besser sehen beschwere ich mich ja wunderbar ich kann nichts für meine internet verbindung an die julian ja fährst du mal ich fahre wie du stehst gerade zwischen zwei leitpfosten nein du stehst gerade bei mir zwischen zwei leitpfosten mitten auf der straße händelt sich gleich wieder ein ist wieder irgendwo gegen gefahren nein ich fahre war da links der baum der hat 1 2 3 4 5 nie die pläder kann ich erzählen die sind so fix licht das ist blöd das ist aber cool das standbild hat auch eine pixelung ja das muss ich jetzt hochladen kann an der nächsten alte stelle mal die übers Haugen neu starten oh cool jetzt jetzt steht plötzlich kein leitpfosten dafür steht direkt links von dir in opel ach nee lass nur das ist sehr amüsant ich finde das klasse ach nee du willst ja auch eine übertragung haben ne zwischenzeitlich läuft es ja dann mal wieder jetzt gerade mal läuft es einigermaßen wenn auch sehr pixelig hattest du nicht irgendwann mal erzählt du wolltest eigentlich mal einen neuen provider so ja aber mache ich dann wenn ich umziehe und das dauert noch ein bisschen ach so ach so wie er das sagt ach so ja ja doch doch aber viele haltestellen gibt es ja auch nicht nee ist eine überlandkarte das nicht viel so erste neuerung ich halt mal an weil die zeit haben wir der julian fährt jetzt gleich in den tunnel rein ist richtig aber fällt dir bei dem tunnel irgendwas auf ja sag mal schattierung richtig der wird nämlich immer dunkler ja das ist richtig geil so sollte das eigentlich auch sein wobei ich mich ernsthaft fragt wie macht er das er hat hier solche objekte sitzen solche dinger da siehst du jetzt sehe ich gerade gar nichts weil du noch vom tunnel stehst du müsstest vielleicht erst mal reinfahren ja das sind solche dinger die ploppen dann einzeln immer weg die machen das alles hier im prinzip dunkler beziehungsweise dann später wieder heller julian ja erst mal mit etwas vorsichtiger fahren naja da wo 50 steht sollte man auch 50 fahren ja vielleicht wäre das nicht übel stell dir das mal im real life vor du hast plötzlich im real life so aussetzer siehst irgendwie der bus fährt in den tunnel rein und plötzlich kriegst du nur noch mit wieder wieder raus fährt ich meine ja so eigenlags sekundenschlaf gibt es doch sogar wirklich ich weiß nicht ob du da vielleicht jemand kennst natürlich mache ich ständig in der bahn ach so ja bis dann irgendwann kommt der julian hat der julian hat mein letzten eines meiner letzten videos den effekt ich habe zebrastraßen ja mal gucken ob es gut geht vielleicht hast du ja glück und musst um sie nicht neu starten ja ich doch ich glaube schon jeder vorne musste rechts 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 vielleicht vielleicht geht es gut ja ich glaube nicht das ist übrigens das ist morast ja alles hier sehr ja wie soll ich sagen also du fährst eigentlich hier durchs moore du ich muss links du musst links ja dann fahrt erstmal links ja das ist schön okay wir setzen einen kleinen cut und starten dann hier eine halte und fahren weiter nach der moorüberschwemmung ja richtig die muss erstmal abfließen ja furchtbar bis gleich so da sind wir wieder um sie hat die karren aus dem speicher geladen und man hat mal eine fahrkarte aber wenigstens ist es ist das sumpfgebiet jetzt zurückgegangen ich meine das hat ja auch was für sich oder das hat immerhin etwas ich habe die hinter die noch so sieht das doch direkt schon viel besser aus ja ja wo sind der ganze wo sind der ganze zum film geflossen ich den hat der chakoti getrunken ja ich weiß der steht auch sind komisches zeug der rest ist da zurückgeflossen ach da ist er ja wobei jetzt über die bildschirmübertragung sie das da links wirklich wie sumpfgebiet aus nicht wie eine wiese das geil aus was ich mich ja gerade fragt von wem war noch mal diese karte weiß ich nicht alles gut das muss ich gerade mal schauen weil ich meine von dem bestelle hätte man noch gar nichts gehört gehabt oder das interessiert mich jetzt um sie vor um an die türstörung jetzt schon hier einzuhalten glaub ich eigentlich nicht oder jetzt im manuell auf jetzt geht's auf irgendwie weil der du bist das kannst du es nicht der julian ist heute total pro like wieder ja und wollte ich nur sagen war haben weil ich tschuldigung dass ich lache aber ich finde den namen geil weil teilen bekloppt der welt der welt die hat eine gute karte mal gucken ja ja gestaltung an hier deswegen mich wunder dass wohl man von ihm ja so noch nichts gehört hat großartig er gut aber es kommen halt mal mehr talent auf den bogen gestammt ach guck an es gibt wieder eine neue karte ja 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 die nennt sich probarow 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 oder so die ja die gab es damals schon mal dies nicht neu das ist aber gepostet gestern um 17 43 0.97 das ist wieder eine super vergabe von nummern aber die straße ist also entweder ist die straße leicht schief oder ich habe ein knick in der optik ich glaube er beides ein knick in der optik hast du ja sowieso generell schon also nicht nur in der optik du bist generell geknickt nicht was generellen knick den hast du aber noch größer als ich doch ich fahre wenigstens mit gegen leitpfosten ohne grund doch an die oder 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 x10 aber nicht auf netbook ja trotzdem x10 ich möchte dich daran was erinnern ohne jetzt zu viel zu spoilern ja kommt in den outtakes wenn du es nicht gelöscht hast oder noch löschen wird kann es sein doch kann wohl sein kann sehr gut sein m in x10 gibt es überhaupt keine leitpfosten auch gibt es nein da gibt es nur straßen und Bäume und leitpfosten nie guten Morgen Häuser gibt es noch ja und so leitpfosten ich glaube das ist wieder mal so eine richtig schöne überlandkarte hier finde ich guck mal hier mit den masten auch da sind die windräder da hinten sind ja windräder drehen die sich auch ne gerade nicht schade ich weiß aber nicht ob die sich gar nicht drehen oder ja gut man muss aber auch bedenken performance und so vielleicht doch die drehen sich wohl guck mal aber eben hat sich noch nicht gedreht ne vielleicht ist jetzt gerade ein windstoß gekommen wo steht es denn hier geil ach da feiere ich richtig geil wobei es wirkt schon fast sehr groß oder nö windräder sind riesig sind die wirklich so ja riesig soll ich nochmal riesig wiederholen nein aber ich muss ja sagen es ist ja nur überland es ist ja nur überlandmap aber es gibt hier sehr viele straßenschäden oder ja und die können sich die überlanddörfer die können sich nicht allzu viel leisten ja gut aber ist auch nur in dem Teil hier so sehr viel Asphaltstraße hier in dem Teil ja gut ich weiß nicht also so viel Asphalt kenne ich jetzt zum Beispiel nicht überland so am Stück ich meine so einzelne Stücke vielleicht mal okay aber warum heikst du eigentlich so warum denn nicht wir fahren doch mal ein bisschen gemächlich ja guck dich vielleicht einmal nach links und rechts um fahr mal wieder gegen den Leitpfosten sonst wird mir immer gesagt du guckst immer nur nach links und rechts um und sonst ja ne du machst ja Kameraschwenken oh mach's wenn du das machst du guckst links rechts links rechts hoch gerade runter ich guck mal rechts und wenn ich hoch und gerade runter gucke dann teste ich ob der Tracker noch alles so kalibriert ist wie ich das haben möchte hier sollst du nicht den Tracker testen ich muss mal rausgucken dass man mal was sieht hier was ist denn das da links zum Beispiel da links da links Heubelge ich hab eigentlich gehofft dir passiert was nein ich sehe den Benz und ich sehe den Leitpfosten ich habe Augen im Kopf ähm ich hab den Faden verloren warte mal ich suche nach gerade du bist ein Depp ey ne der liegt da unten und sitzt da komm ich jetzt da dran Pech glück dich du Dreck ey du Dreck sagt du das klingt so falsch ich wollte den Satz nicht jetzt zu Ende sprechen der Julian sagt zu mir bück dich also ja heben auf machen wir es so ich darf doch ja mal sehr bitten ja 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 ich will Oma Erna will ne aber Oma Erna will was von dir ich will nicht wissen ja was Oma Erna mit dir macht wenn du dich bückst ich will nicht wissen was der Chikoten und der Hermi jetzt wieder unter das Video posten ne der Hardrifter der Hardrifter ist schlimmer wieso ist der schlimmer ja guck dir die Kommentare unter meinen ETS Videos mal an warum was schreibt der denn ja ganz versaute Sachen ja dem fällt jede sexuelle Anspielung auf auch welche die man vielleicht nicht selbst mitkriegt ja alles auf dem Hardrifter der ist echt ein wachsames der hat echt ein wachsames Auge dafür der hat ein Auge auf dich Julian ne nicht auf mich aber das geht auch über dich und über den Chikoten ich kann ja da gar nicht beinhaltet sein ich mache solche Bemerkungen nicht nein ich soll mich bücken ja doch du machst solche Dinge guck mal ne Haltestelle ja und wir fahren über den Fluss hing das Haus da gerade im Boden nein äh doch du fährst immer so schnell da wobei sieht man ja nix geh mal nach draußen das ist eine Mühle ach das ist eine Mühle die ist doch auch neu oder die dreht sich sogar ich glaub's nicht das ist geil ne die Karte feier ich das ist so das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal vielleicht gab es die Objekte auch schon ich weiß es ja nicht aber also das Haus gab es schon aber das Mühlrad da war noch nicht ja gut man weiß es nicht aber wenn es es noch nicht gab also dann Respekt ich weiß ja nicht wo es her hat ob er selber gebaut hat oder von jemand bekommen hat oder ob es das schon gab keine Ahnung die Windräder sind ja glaube ich von Chris Lina ja ähm also so ein bisschen was Neues sieht man ja durchaus ja aber ordentlich was Neues ich meine das sieht man jetzt bei uns leider nicht weil wir nicht vom Betriebshof aus losfahren aber beim Betriebshof startet man in der Halle in der Bushalle und dann muss man sich dann von außen das Tor aufdrücken und dann kann man erst losfahren okay das habe ich in der Readme zufällig gefunden aber ich finde ja irgendwie bei der Karte ja der Steller der Name Waldheini passt es ist halt Überland ne und viel Wald ja es ist passt so schön dadurch oh Julian das war jetzt gerade Gehsteig ach du bist ein Gehsteig ich stell dir mal vor der Welt gerade Manni gelaufen du hättest dir mir glatten Bauch wegrasiert ach nix hätte ich der müsste sich ja wieder vollfressen aber damit aussieht wir sind da wie wir sind da wir sind noch keine 20 Minuten unterwegs doch hä ich bin 5 Minuten zu früh ja wollte ich doch sagen na gut so wie du geheizt bist also kein Wunder ich bring die Leute überpünktlich ans Ziel ja wenn die jetzt hier das Hut noch kriegen wollen ja dann dann lege ich mich jetzt hier hinten in den Bus und ach schlaf nochmal 5 Minuten ne also dann ja dann schlaf du halt nochmal 5 Minuten so ich sag danke fürs Zuschauen bevor der Andi jetzt mein Video hier voll schnarcht sag ich Andis Part verlinkt kennt ihr die Prozedur und wir sehen uns wieder auf dem nächsten Video wieder wieder tschüss 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 Vielen Dank.